Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Äh, 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 nein, auf jeden Fall. Hier um die, in der, in dieser Nähe von dieser Reiterina sollte ein goldenes Ei liegen nach dieser Anlage da. Ja, ich glaube jetzt eher, dass es so hinter der Reiterina ist. Meine Vermutungen mal. Aber wir werden jetzt gleich sehen, wo die das verstecken. Hm. Gut, nein, okay, dann, ich, ich hab ne Idee, was ist, wenn es dann eher... Okay, ich schätze nicht, dass es auf dem Dach ist, aber... Oh. Ich, ich schätze, ich, 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 ich mach's mal. Hallo. Ah, es ist auf dem Dach. Bist es, cool. Okay, ich hab's gefunden. Okay. Okay, ich werde jetzt gleich Schluss machen, bevor meine Mutter mich durchdacht und fragt, ob ich eingezogen bin. Okay, bis zum nächsten Video. Okay.